Alter! Ja, Hallöchen. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich meinen Tag verbringe. Also ich fange früh meistens an. Da mache ich meine Meditation. Weil das macht mir Spaß und das gibt mir auch viel Freude. Und dann koche ich mir erst mal ganz in Ruhe mein Süppchen. Und nach dem Essen mache ich dann mein Aerobic. Jeden Tag. Das ist wichtig, ne? Und danach schaue ich mal, was es Neues gibt, ne? Ist Ihr Kopf wieder vollkommen verkalkt? Nervt Sie der schwache Rock? Vergessen Sie das! Mit Hero. Hä? Die Argumente sprechen für sich. Erhöhen Sie Ihren Druck um 50%. Und sagenhafte 344%. Mit Hero. Ihr passt sich immer Ihren Bedürfnissen an. Dabei mit Hero. Hero. Mhm. In dem Moment war ich wirklich sehr geschockt. Das hat mich an die schlimmsten Momente meiner Kindheit erinnert, ne? Aber dann habe ich was gesehen, was mir wieder Hoffnung gegeben hat. Döber wieder? Hallo! Ich bin Ivan und ich 1,3 Jahre. Und du, lange leidend bist. Nicht so jetzt. Und ich weiß nicht mal, komm. Das ist wieder. Döber wieder. Döber wieder. Döber wieder. Döber wieder. Döber wieder. Döber wieder, Döber wieder. Ains ist mir denn klar geworden. Trau nicht den Experten, denn sie wissen alles über wenig und wenig über alles.